Ich hoffe, ich irre mich und die Parteien schaffen es trotzdem. Aber ich gehe mal auf die Fehler des Wahlprogramms von Die Basis ein, das ich gerade kurz überflogen habe. Und das ist dann auch im gleichen Sinne auch wieder gültig für Wir 2020, so wie die gestrige Sendung 711 auch gültig ist. Für die Basis im Wesentlichen, weil die Fehler sind die gleichen. Ich gehe mal darauf ein hier, die Grundfehler. Die Basis spricht von fairer Handel und zwar Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg. Und diese Wahl ist ja entscheidend. Diese Wahl in Baden-Württemberg entscheidet darüber, ob diese Parteien sterben oder leben. Also fairer Handel, das ist wieder so etwas. Es ist quasi, was machen Manipulatoren mit uns? Die NGOs sind neben den Sozialsparten, den Medizinsparten und so weiter, die größten Manipulatoren von uns, die uns mit praktisch, die uns parasitäre Meme, Killerviren des Geistes bringen. Und uns, so wie jede andere Sparte auch, bringen uns die NGOs ihre typischen parasitären Meme. Das ist also quasi, wir werden also quasi, ja, von Schmarotzern abgezockt von allen Seiten der Gesellschaft. Genau genommen funktioniert unser gesamtes Leben im Kapitalismus, funktioniert es so, in diesem raubbösartigen Raubtierkapitalismus funktioniert es so, dass jede Sparte, jede Industrie, jede Behörde, jede Bürokratie, jede Organisation, jede NGO, Schmarotzer uns gegenüber ist, unser Leben beschädigt und sich bereichert auf unsere Kosten oder Vorteile sich verschafft auf unsere Kosten. Weswegen wir ja auch von vorteilbringenden Irrtümern sprechen. Also das heißt, die Geschichte ist immer so, in einer Branche entsteht, meistens entsteht in einer Branche, in einer Sparte ein Irrtum, der erweist sich dann als vorteilbringende Irrtum für diese Sparte oder für diese NGOs, ja. Und daraus resultiert dann sozusagen sehr viele Vorteile für die NGOs, für diese Sparten und so weiter und dann bringen uns diese Sparten ihre Irrtümer bei und diese Irrtümer wandeln sich dann quasi in unserem Gehirn in parasitäre Meme, sobald sie unsere Gehirne betreten als Bürger, wirken sie dann als parasitäre Meme, also als Schmarotzer-Meme, also verhaltensteuernde, schmarotzerhaft, also verhaltensteuernde Gedächtnisinhalte, die uns parasitieren und wodurch wir dann parasitiert werden, ja. Also und quasi den Schmarotzern dienen und gehorchen, ja, das ist, ja, so ähnlich wie wenn ein Bettler, der sein ganzes Leben darauf anlegt, so nach dem Motto, ich will Sklaven haben, die Bürger sind meine Sklaven, die arbeiten für mich und die geben mir dann was. Und dafür spielt der Bettler dann betrügerisch, viele Bettler machen das ja, betrügerisch den Leuten vor, er sei in Not, in Wirklichkeit ist er gar nicht in Not und wäre voll arbeitsfähig, aber hat keine Lust dazu und lebt lieber als Schmarotzer, als Sozialparasit und spielt den Leuten die Rolle vor, er sei in Not, was nicht stimmt, oder sie sei in Not, was nicht stimmt. So was erleben wir hier in Köln jeden Tag, wo es ganz offensichtlich ist, dass diese Leute niemals in Not waren und aber trotzdem diese Rolle halt spielen, um an die Gelder ranzukommen. Das ist Schmarotzertum, ja, das ist Sozialparasitismus und diese parasitäre Meme oder Killer wären das Geistes sozusagen. Ja, und letztendlich bedeutet das, fairer Handel, wenn die also die Basis Baden-Württemberg in ihr Parteiprogramm reinschreibt, fairer Handel, dann ist das genau wieder so etwas. Da haben wir also diese Sozialparasiten, diese Bettelorganisationen, die also so tun, als würden sie für andere betteln, diese NGOs, wobei das meiste, das Erbettelnde empfinden, die eigene Tasche geht, aber Alibi-mäßig läuft sicherlich ein bisschen der Gelder dann auch in den Rest der Welt, aber immer ist es gleich. Es wird erbettelt von den Bürgern, die Bürger werden ärmer, werden schwer geschädigt durch diese Sozialparasiten, durch diese Bettelorganisationen und das Geld landet in den Taschen der Bettler und in den Taschen der Welt. Ja, er geht raus aus Deutschland und macht die Deutschen ärmer und geht raus in die Welt. Und wenn wir das Wort fairer Handel sehen, dann geht es letztendlich darum, den deutschen Bürgern Geld aus den WählerInnen, Geld aus der Tasche zu nehmen und in die Betriebe und in die Mitarbeiter in aller Welt zu stecken. Das heißt, wir überzahlen dann höhere Preise für Produkte aus der Welt, nutzen also, machen quasi Geschenke an die Leute in aller Welt und vertuschen dann so ein bisschen, dass wir das in Wirklichkeit von den deutschen WählerInnen nehmen, das Geld, dass wir von denen Geld wegnehmen und das anderen in aller Welt geben. Und der Nutzen ist quasi null, weil diese Leute dann, jetzt wo sie mehr Geld haben, sozusagen noch mehr Kinder ernähren, in die Welt setzen, noch mehr Kinder in die Welt setzen, wodurch sie dann wieder Hunger leiden und dann noch mehr, faireren Handel brauchen und noch mehr Geld. Das ist wie so ein Fass ohne Boden, dass wir damit aufmachen. Wir vergrößern also die Not in der Welt immer mehr, indem wir immer wieder diese Massenüberbevölkerung in der Welt quasi finanzieren, indem wir fairen Handel betreiben. Und dieses Fehlerkonzept sozusagen, dass also quasi im Parteiprogramm sich eigentlich parasitäre Organisationen in die Partei reingeschlichen haben, mental und dann quasi als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes in der Partei wirken und eben dann einen fairen Handel bewirken sollen, der aber den deutschen und den baden-württembergischen WählerInnen schadet. Also es ist quasi so, dass man so hingeht und sagt, lieber Wähler, bitte wählen Sie bei dieser Partei die Basis, bitte das, ein Programm, das Ihnen schadet und anderen Menschen in der Welt ermöglicht, mit einer massenhaften Überbevölkerung weiterzumachen. Das ist eigentlich, und die Frage ist, ob man dafür gewählt wird. Ich hoffe, ich irre mich, dass man dafür vielleicht doch gewählt wird. Aber sozusagen, weil ja viele Menschen so durchmanipuliert sind und zu einer Hypermoralität hin manipuliert worden sind, dass sie ja bereit sind, im Prinzip ihr eigenes Leben zu opfern, dafür, dass Menschen in der anderen Welt irgendwie mehr Kinder in die Welt setzen können. Ja, und dazu passt auch beim Programm der Basis, ich zitiere, Rettung des Planeten. Gutes Leben für die ganze Menschheitsfamilie. Ich erinnere mich an Fridays for Future, Climate Justice, also quasi Gerechtigkeit. Wir haben ja schon so viel CO2 ausgestoßen, jetzt dürfen die anderen Teile der Welt und wir müssen arm werden für die anderen Teile der Welt sozusagen. Auch das ist wieder so, das sind wieder NGOs, die also quasi in uns, also uns ihre Vorteilbringenden Irrtümer einimpfen, also damit uns mit parasitären Memen oder Killerviren des Geistes verseuchen und uns zu einer, genau wie das jeder Schmarotzer in der Natur macht, uns zu einer Selbstaufopferung bewegen sollen, sodass wir dann also quasi am Ende kaputt sind und alles andere in der Welt, dem geht es besser. Denn Rettung des Planeten meint ja immer, die baden-württembergischen Wähler sollen mehr Geld ausgeben, um den Planeten zu retten als andere Länder auf der Welt. Ja, das ist ja irgendwie immer gemeint, denn es ist doch selbstverständlich, dass alle Menschen auf der Welt sich gleich viel engagieren sollten und gleich viel ausgeben sollten für die Rettung des Planeten. Natürlich kann man so ein ganz bisschen den Vorreiter machen. Wenn es bittelarme Länder sind, da kümmert sich dann wahrscheinlich gar niemand um die Zukunft der Erde. So ein bisschen ist es sicherlich sinnvoll, dass wir uns dafür Gedanken machen. Aber diese Tendenz, dass die baden-württembergischen Wähler quasi, WählerInnen bezahlen sollen dafür, dass Deutschland den super Vorreiter bei der Rettung des Planeten macht. Ja, warum denn? Ja, sozusagen. Ja, warum denn gerade die baden-württembergischen und deutschen WählerInnen? Ja, und gutes Leben für die ganze Menschheitsfamilie. Warum sollen denn die baden-württembergischen WählerInnen ärmer gemacht werden und dieses Geld sozusagen für ein gutes Leben aller möglichen Menschen auf der gesamten Erde gegeben werden? Das klingt alles so schön moralisch und gut Menschentum-mäßig, ist doch aber eigentlich nichts anderes, als dass jeder, der sowas sagt, ist eigentlich entweder selbst ein Sozialparasit, also eine NGO, ein Schmarotzer, ein Sozialparasit, eine NGO, also eine Battle-Organisation, die selbst ihre vorteilbringenden Irrtümer glaubt und die dann diese Irrtümer den anderen Menschen gibt. Dadurch werden die quasi infiziert im Sinne von parasitären Memen und Kinderviren des Geistes. Und dadurch wird dann die Bevölkerung manipuliert, sozusagen eigentlich zum Sklaven dieser Battle-NGOs zu werden und ihrer, derer, denen sie einen kleinen Teil der erbettelten Gelder zukommen lassen, nämlich der ganzen Menschen in aller Welt. Ja, der Witz ist, evolutionsbiologisch ist es sonnenklar. Es gibt nicht die Menschheitsfamilie. Der Mensch ist ein soziales Nahbereichslebewesen. Für ihn wichtig sind sozusagen vielleicht 120 Individuen, vielleicht die Nachbargruppen noch, also vielleicht 360 oder so Größenordnungen maximal 500. Das eigentliche Leben findet in maximal 120 Individuen statt und dann gibt es vielleicht noch 400, 500 Personen, das Umfeld, die umliegenden Gruppen sozusagen. Und das ist deren Familie. Da wohnen die Enkelkinder, die Urenkelkinder. Das ist unsere Menschheitsfamilie. Und dieses Appellieren daran, alles andere auch als Menschheitsfamilie anzusehen, ist immer manipulativ. Da geht es immer darum, liebe Wählerinnen, ihr Geld wegzunehmen und es irgendwelchen anderen Leuten zu geben und ihr Leben schlechter zu machen und das Leben anderer besser zu machen. Und ja, also ich vermute, dass man damit keine Wahlen gewinnen kann. Ich glaube, dass es doch irgendwo kluge WählerInnen gibt, die einfach hören, Nachtigall, ich höre dir trapsen, sagen in Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da will uns jemand, diese Partei will mit ihrem hypermoralischen, pathologischen Gutmenschentum uns nur abzocken. Und das machen wir nicht mit. Ja, und dann kommt noch dazu, Zins und Zinseszins wird angesprochen im Parteiprogramm Baden-Württemberg von Die Basis. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht wählbar. Denn diese ganzen Zins- und Zins-Ideologien von Silvio Gesell, da geht es letztendlich, das ist auch nichts anderes als eine radikal, linksradikale, marxistische Ideologie, weil quasi letztendlich ja gesagt wird, dass damit gesagt wird, Geld ist ja nichts anderes als gespeichert, zum Beispiel gespeicherte Arbeitskraft. Und jetzt sollen die Leute also ihre gespeicherte Arbeitskraft anderen geben, ohne dass sie dafür etwas zurückbekommen. Ja, das heißt, dass eigentlich die von den Leuten geleistete Arbeit entwertet wird und weggenommen wird und die Leute das Geld quasi verlieren sollen eventuell, sogar durch Schwundgeld und damit sozusagen ihre eigene Arbeitskraft ihnen gestohlen wird und weggenommen wird. Und das ist, wenn ich Zins und Zinseszins angreife, nehme ich eigentlich anderen Menschen was weg und versuche ihnen etwas zu stehlen oder wegzunehmen, neutraler gesagt, also, oder noch freundlicher gesagt, ich versuche Geld umzuverteilen von denen, die überhaupt noch Geld haben und die also überhaupt noch Zins und Zinseszins bekommen können. Das versuche ich umzuverteilen zu den anderen. Nur, dass das aber am Ende eine Pseudolinke, eine pseudosoziale, antisoziale Politik ist, das hat ja auch der berühmte ehemalige 68er Hans-Werner, Professor Hans-Werner Sinn richtig erkannt, dass ich, wenn ich sozusagen mich lenken lasse von Hass, von Neid und von Missgunst und sozusagen und die Leistungsträger mit Neid und Missgunst betrachte und denen dann möglichst viel wegnehmen will, dass ich die dann aus dem Lande treibe und dadurch dann die sozial Schwächeren ärmer zurückbleiben, weil das gesamte Lohnniveau im Lande drastisch absinkt und dann am Ende alle viel ärmer sind und auch alle Hartz-IV-Empfänger oder bedingungslosen Grundeinkommenempfänger nur noch die Hälfte des bisherigen Hartz IVs bekommen können, weil einfach das ganze Land verarmt. Und deswegen sagt Professor Hans-Werner Sinn ganz richtig, dass wir damit leben müssen, dass eben die Leistungsträger mehr bekommen, weil die leider sonst die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen und dann das ganze Land als verarmtes Land zurückbleibt. Und das ist das Dilemma. Das heißt also, wenn man soziale Politik machen will, dann muss man dafür sorgen, dass es im ganzen Land reicher zugeht. Und dafür sorgen die Next Scientists for Future, indem sie ein Wirtschaftswunder von jährlich 500 Milliarden Euro erzeugen durch die Reformen, dass wir alles Unsinnige und alle Geldvergeudung und alle schädlichen Aspekte der Gesellschaft, all das Gegeneinander der Arbeiten in der Gesellschaft beenden. Dadurch kriegen wir ein riesiges Wirtschaftswunder und das verteilt sich dann gleichmäßig wieder auf alle Teile der Gesellschaft. Und das, nur so geht echte soziale Politik. Und dann noch zum Schluss ein Hinweis an unsere Fans und natürlich auch die Fans der Gemeinwohlökonomie oder auch an die Fans von Professor Hans-Werner Sinn und so weiter. Werden Sie alle Mitglied in die Basis und bei wir2020.eu und.de, wobei man nicht genau weiß, wo jetzt endlich die, wann oder ob und wann eine neue Homepage kommt von wir2020.de oder ob die sich teilweise umbenennen, weiß man nicht. Da habe ich im Moment keine Informationen. Ja, also werden Sie Mitglied dieser zwei, drei Parteien und sorgen Sie dafür, dass dort Vernunft einkehrt und dass man die Parteimitglieder warnt vor diesen vorteilbringenden Irrtümern der NGOs, die die Partei im Sinne von parasitären Memen und Killerviren des Geistes infiziert haben und zu einer sozusagen zu selbst schädigenden und wählerschädigenden Ideen manipuliert haben. Und so dass dann die Parteimitglieder sich hoffentlich davon befreien können. Schlimm ist natürlich, wenn sehr viele Parteimitglieder selbst Mitglied von NGOs sind und damit sozusagen unmittelbar profitieren von der Ausbreitung solcher vorteilbringenden Irrtümer. Also das ist immer die Sache. Ist eine Parteibasis wirklich eine repräsentative Wählerstichprobe oder ist sie nicht repräsentativ? Und das ist natürlich entscheidend. Ja, also werden Sie Mitglied in den Parteien, zum Beispiel die Partei, die Basis erlaubt auch eine Doppelmitgliedschaft. Und ja, also in dem Sinne. Also Tschüssi, das war es für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, die sich wieder der Politik widmet. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020